Du hast auch hier die Technik der Transzendentalen Meditation kennengelernt. Kannst du uns etwas über deine Erfahrung mit dieser neuen Art der Meditation kurz erläutern? Das ist wirklich das Beste, was ich überhaupt in meinem Leben gemacht habe. Ich habe schon viel ausprobiert. Das ist eine Art der Meditation, die so schnell so tief geht und dabei so unkompliziert ist und einen so tollen Effekt hat auf mein Leben. Direkt, gleich nach den ersten Malen meditieren, spüre ich, dass ich mich positiv verändere, dass ich entspannter bin, dass ich positiver bin, dass ich mir vieles nicht mehr so zu Herzen nehme. Und das durch diese kurzen Sitzungen, das mit dieser kurzen und einfachen Technik, das ist absolut verblüffend und das kann ich nur jedem empfehlen. Hast du dich vorher schon mal mit dem Thema Meditation beschäftigt und andere Formen des Meditierens kennengelernt und wo ist der Unterschied? Ich habe mich natürlich mit Entspannungsmethoden auseinandergesetzt, das ist ganz klar, aber alle waren viel viel länger vom Prozess her und komplizierter und man muss sich anstrengen und konzentrieren und irgendetwas einer strikten Regelung folgen und das ist alles überhaupt nicht wichtig. Und das ist das Geniale, je einfacher, desto besser. Und das ist eine so leichte Technik, die wirklich jeder erlernen kann und sofort positive Effekte verspürt, wenn man es denn wirklich richtig gelernt hat, bei einem Lehrer, der die transzendentale Meditation auch lehrt, das ist das Wichtige, dann kann man nichts falsch machen und hat für sein Leben wirklich einen enormen Gewinn. Vielen Dank.